Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das heißt, die Muskeln werden müde und da hilft es natürlich schon, wenn wir die Produkte nutzen können, die uns helfen zu recoveren oder wieder fit zu werden. Was sind die Muskeln? Das ist die Bescheidung, das ist für die meisten. Das ist die Arnika-Lie-Arnika-August hilft uns sehr, als Fisioterapist. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.